Ja, hallo, ich bin Maxime Noh. Ich bin Komponistin, aber auch Musikproduzentin und sehr gerne arbeite ich in den Bereichen Filmmusik. Ich habe auch Theatermusik gemacht, ich habe Klassik studiert und dann aber an der Popakademie noch Producing gemacht und deswegen arbeite ich auch im Bereich Pop. Genau, also ich bin zur Produktion gekommen, weil ich früher auch eine Band hatte und dann wollte ich so quasi die Songideen festhalten und so bin ich halt zu der ersten DAW gekommen. Und dann habe ich gemerkt, wow, was man da alles machen kann. Also jetzt nicht nur mit Softwareinstrumenten, sondern auch mit Automation, also wie man dann quasi das über den Song entwickeln kann. Und so bin ich dann halt zur Technik gekommen und habe das dann eben über ganz, ganz viele Jahre eben weiter ausgebaut, weil ich denke, also für mich ist es halt eben der Traumberuf, weil ich da eben meine ganzen kreativen Ideen quasi verewigen kann Also mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ganz, 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 ganz glücklich darüber, wie alles sich entwickelt. Also quasi was Visibility angeht, das hat ja auch zum Beispiel jetzt dieser, dass es überhaupt diesen Preis gibt, wieso ich jetzt hier bin. Dieser Female Producer Preis ist ja eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ich fühle mich unglaublich unterstützt jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, muss ich sagen. Ich mache das halt schon ein bisschen länger und daher weiß ich, ja, wo wir herkommen, auch gesellschaftlich und wie man sich durchboxen musste. Und das vielleicht gar nicht so zu meiner Persönlichkeit passt, also dass man sich immer im Vordergrund spielt und genau, dass man immer quasi in Konkurrenz steht zu Kollegen und Kolleginnen und das ist halt gar nicht meins. Und ich habe halt auch schon immer gedacht, dass genug Arbeit eigentlich für alle da ist sozusagen und jeder findet quasi seinen, jeder Topf findet seinen Deckel. Das denke ich auch immer noch. Nicht jeder passt zu jedem Kunden, nicht jeder passt zu jedem Film oder zu jedem Regisseur. Genau, deswegen ist das halt mein Mindset und ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie angekommen, so generell in diesem Business, in der Musikindustrie ist angekommen. Teamarbeit, jeder profitiert davon, also nicht nur der Komponist, sondern eben auch alle, die da noch involviert sind, Labels, Verlage und so weiter. Darüber habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht, irgendwie was mir geholfen hätte vor zehn Jahren und da muss ich sagen, also immer unterstützend sein. Also man ist am Anfang meinetwegen, man fängt, man hat ein paar Jahre produziert und das Wichtigste ist, dass jemand irgendwie sagt, ja, hey, das klingt schon super und mach das weiter. Ja, also bleib bei dir, erfülle jetzt nicht unbedingt so gängige Standards, sondern du hast deine Vision, sei originell, sei kreativ, sei einzigartig und verfolge irgendwie das, was du im Kopf hast und nicht das, was andere sagen, wie es zu sein hat. Und so sei das jetzt kreativ, als auch, wie man sein eigenes Business aufbaut oder was es halt gibt. Also man kann auch da seine Nische finden, ja, und auch mit Kollegen, wie gesagt, man muss nicht immer quasi das, was da ist, akzeptieren, sondern man kann das weiterentwickeln, glaube ich, für eine Art, die einem selber gesund erscheint. Und so, genau, gerade ganz wichtig, glaube ich, also oder ist es für mich oder was ich so erlebt habe und gesehen habe, auch bei Kolleginnen, dass man autark bleibt, also dass man sich nicht jetzt auf den Produzenten oder so verlässt, sondern dass man sich selbst weiterbildet und Wissen anhäuft und Dinge selber umsetzen kann und nicht quasi auf jemanden angewiesen ist, weil das führt halt immer dazu, dass jemand mehr Macht hat als der andere. Und das ist halt, glaube ich, sehr verhängnisvoll, gerade in unserer Industrie.